Geht mir ein bisschen auf den Sack hier. So, hallo Leute, ich bin Hyped, es geht weiter in der Welt der VR in Hyped. Half-Life, Alex, let's pop in. Okay, los geht's. Also, Kiste. Pst! Ja gut, äh... Ja, ähm, da redet jemand, wie ihr bereits mitbekommen habt, ich weiß nicht wer. Ja, ich denke, das werden wir gleich erfahren. Ich lache mich tot, ha, ha, ha. Ja, beim nächsten, was haben wir letztes Mal gemacht? Was wollte ich noch sagen? Keine Ahnung, hab's vergessen. Weiter geht's. Sorry. Ich hab mich ein bisschen mit, ähm, Energydrinks aufgepumpt. Es dauert ein bisschen, bis das bei mir ankommt. Was? 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 zeige ich mich auch. Ja, geh, geh. Ich habe mir diese Stelle schon mal gemacht. Ich habe dir letztes Mal erzählt, dass ich technische Probleme hatte. Mal wieder. Und umsonst aufgenommen hatte. Diese Stelle war ein bisschen stressig. Mal gucken, ob ich es diesmal schaffe. Diesmal bin ich vorbereitet. Diesmal bin ich sehr gut vorbereitet. Hm, geht nicht. Okay. Dann wollen wir mal. Wait. So, erstmal war ich. Der Scharding. Ja. Oh ja, wir wissen alle, um wen es geht. Gordon Freeman! Gordon Freeman ist in der Haus. Sehr gut. Okay, aber erstmal das Überleben. Okay. Nice and slowly. So, die Tür geht auf. Granate rein. Und dann hoffen, nicht zu sterben. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Easy. Ich bin immer noch sehr paranoid, was die Aufnahme betrifft. Ich habe immer Angst, dass es wieder nicht funktioniert. Wieder irgendwelche technischen Probleme kommen. Und wieder sich in Rage-Mode gelange. Aber ich habe eine neue Methode eingebaut. Die sollte das eigentlich safe machen. Schauen wir mal. Gehen wir einfach mal. Vom Besten aus. Immer positiv denken. Jo. Gehen wir mal hier runter. Look. 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 Nein. Dich wollte ich nicht. Dich wollte ich. Dich wollte ich. Ah, Problemäre brauche ich ja bei dem Safe nicht sammeln. Das vergesse ich ständig. Einfach die Loot-Freude, die man hat. Looten, was man findet. Sogar die Sardinenbüchse. Geht nicht. Habe ich euch die Hoffnung zerstört. Hm. Gemütlich. Hier würde ich auch wohnen wollen. In so einer Welt. Was hat hier alles? Sachen zum Spielen. Schrauben. Brille. Ganz wichtig. Ein Kamm. Was zum Essen. Alkohol. Kippen. Ein Teaser. Das war. Ja. Fucking. Nichts. Circa. Aus, Diego. Spielen. Auf, auf. Auf, auf. Auf, auf. Hey, du da. Ja, komm. Ja, noch ein bisschen. Komm. Shoot. Ich habe keine Ahnung, warum jedes Mal diese Bildung kommt. Ja, komm, komm, komm. Come on. Komm. Du mit dem Subpack. Komm. Hier. Noch ein bisschen. Hier. Ach. Dann halt nicht. Ach, leer. Leer. Die ist neu. Aber ich bin nicht neu. Was denkst du, sie machen hier? Ekelhaft. Melken. Schätz mal, ich muss hier runter. Nicht schätzen, ich weiß doch, dass es da runter geht. Nicht von gestern. Ah, komm. Man kann auch jetzt schon, glaube ich, das Hinterteil treffen. Ja. Muss eine Munition sparen. Muss nur im richtigen Moment. Ah, Dreck. Komm schon. Oh, Mann. Ich will ein bisschen Munition sparen. Einfach, weil ich es kann. Mal den Aufstuhl holen. Ach, das war das. Okay. Ein. Unten halten. Oh, fuck. Da ist er schon wieder. Ha. Oh, Alex. Oh, Alex. Oh, Alex. Oh, Alex. Ich brauch's doch nicht. Ich brauch's doch nicht. Auf der Leiter. Was machen wir? Hey, watch it. I don't want to get any of this crap on me. Why? Is it acres? We're not dumping it. Target line, set lights. Okay. Was wollt ihr, hm? Was wollt ihr, hm? John Wick ist zurück. Das wollt ihr. Okay. Concentration. Okay, make quick work of that. Hm, hm, hm. It's hacker time. Ich brauch's ja gar nicht. Nach wie vor. Bah. Okay. Dann versuchen wir. Was ist? Okay. Nach wie vor Munition sparen. Hm, der lebt auch noch. Deswegen... Nicht mit mir. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Komm, Baby. Komm, mach deinen Mund auf und Flügel, was auch immer. So, sehr schön. Und der nächste. Ein bisschen Kirmesmusik. Hm, komm. Boot, 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 boot. Yes. Und noch einer, weil's so toll war. Hm. 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 Ja, komm, 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 komm. Ah, komm. Ah, komm. Ah, komm. Ah, komm. Ah, komm. Ah, komm. So. Let's gehen wir mal ein bisschen am Rad hier. Manuel Override. What do you think they're doing to Gordon Freeman in there? That's a good question. Are they... Are they... Are they... You know... Ganz klar. Stuck in his brain out? Hm, I think they're gonna move them off the world. Well, either way. Let's find out. I'll get there before it happens. Ja, das läuft doch wie geschmiert. Ach, ich find Insekten so ekelhaft. Komm, nicht klar damit. Nie, ich könnte auch niemals Insekten essen. Das soll ja bekanntlich die Zukunft sein. Wegen den Proteinen. Dann, weil man die so... So einfach züchten kann. Uah, mir graust der Gedanke. Haarig. Okay, ganz ruhig. Nicht gierig sein. Clever sein. Und zwar so. Alex! Ernsthaft? Ja gut, äh... So kann man halt auch sterben. Und wie sind sie nochmal gestorben? Ich hab mir das Bein gebrochen. Und eben nochmal die ganze Schose, aber diesmal, wie gesagt, nicht gierig, sondern clever und vor allem nicht dumm. Ja, es bahnt sich schon wieder die nächste, die nächste technische Schwierigkeit auf. Aber dann mach ich einen Neustart nach der Runde. Und dann ist halt das Behobensein, hoffe ich doch, ein neues Problem. Nichts Tragisches. An der Aufnahme wird sich nichts ändern. Hoffe ich doch. Check. An der Aufnahme wird sich nichts ändern. Aber das Feeling. Mein Subpack tut nämlich nicht... Nicht immer. Irgendwie komisch. Naja, was soll's. Ja, du lachst, gell? Ich auch. Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Alex, er hat seinen Weg aus dem Black Major mit nichts, aber der Crowbar. Keine Ahnung. Es ist wahr. Es ist wahr, dass das was sie sagen. Naja, niemand weiß für sicher. Wenn ich ihn rauskomme, dann gib ihm eine Runde. Ja, aber nicht meine. Ich bin aus dem Schwerbewerb-Business. Okay. Ich habe gerade überlegt, ob ich zu weit laufe, aber ich denke nicht. Ist alles safe. Zack. Aber, ja doch, ich bin zu weit. Ja klar, der Energiekern muss doch dann halt. Mensch, Alex. Schon wieder leer. Wie können die denn bitte so viel aushalten? Das macht ja auch keinen Sinn. Hier wollte ich rein. Warum, weiß ich nicht. Eckehaft. Upgraden brauche ich nicht. Nope, brauche ich nicht. Ich habe gar keinen Helm auf. Ach so, hier brauche ich auch keinen Helm. Helme. Wenn wir hier upgraden, brauche ich nichts. Beim nächsten Save können wir weitermachen. Ja, es gefällt mir. Die Stelle kennen wir. Rocket Beans hat es mir gezeigt, als der Nils dieses tolle Spiel gespielt hat. Da habe ich bei der Stelle reingeschaut. Gucken wir, ob wir es genauso gut hinbekommen. Aufmerksamkeit sind wir bereit. Okay. Ready for take-off. Ready. Ja, so eine actionreichere Musik wäre besser gewesen. Aber ich glaube, die kommt jetzt. Jetzt geht's los. Ah, baba, bäm. Fänse. Oh, und der Sub-Back. One left. Dreck. Was? Keine Munition? Fuck it. Ah, kacke. Fuck. Ernsthaft. Ich geh mir ein bisschen auf den Sack hier. Nein, 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 nein. Du kriegst mich nicht. Was? 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 Oh, Ragequid! Oh, Fakke! 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 Jetzt habt ihr... ...einzige, was ihr verpasst habt. Nur einen Autolader. Aber ist nicht so wichtig. Gut. Ein paar Minuten haben wir noch. 20 Minuten haben wir noch. Dann werden wir weitermachen. Das ist für mich jetzt auch alles neu. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Und ihr hoffentlich auch. Oh, mein! Nein! Ist er tot? Ich glaub schon. Er ist tot. Ganz langsam. Niemanden wecken. Wie sagt man? Schlafende Bären sollte man nicht wecken. Hanes Bären? Bin mir nicht sicher. Hunde. Schlafende Hunde soll man nicht wecken. Gib mir Munition. Schlafende Hunde. Joch, Tracking. Raff dich mal. 12 Volt. 5 Ampere die Stunde. Oder Ampere-Stunde. Ampere-Stunde. Ampere die Stunde. Ampere-Stunde. Scheiß drauf. Nicht husten. Das haben wir gelernt. Jetzt können wir wieder richtig anfangen. Zu sammeln. Zu looten. Jetzt ist es wieder wichtig. Wichtig. Ich bin clever. Oh Gott! Oh Gott! Oh! Nein! 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 Alex! Alex! Was war denn das jetzt für ein Kack, Mist ey? Toll! Bla 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 bla. Macht ihr mal euren Scheiß. Es kam jetzt unerwartet. Ja, okay. Wahrscheinlich war es nicht unerwartet. Man hätte die gleich auf dem Boden sehen können. Bla bla bla. Habe ich halt nicht. Die sind auch nicht gechiggert. Jetzt haben wir erstmal Stiefeln an. Das sind zwei linke Stiefel. So kann ich nicht arbeiten. Sollte ich die Granny? Nein, die Granny verbrauche ich jetzt nicht dafür. Nein, nein. Nein, nein. Es ist ein Nein, nein. Ja, da. Da liegen sie. Ach, weil ich nicht gehustet habe. So, so. Ja, dann husten wir. He, 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 he. Na, komm, zeig dein hübsches Gesicht. He, 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 he. Ja. Ja, zwei, zwei Schüsse verbraucht, ich weiß. Aber ich bin doch John Wick. Oder so ähnlich. Ach so. Da kann man noch rein. Aber Williams Dienste müssen wir nicht beanspruchen. Oh. Oh. Wird mal. Ja, fast. Fast gar nicht gesehen. Na gut, oh, das sieht ja entweder schon interessant aus. Zehn Minuten haben wir noch, dort Sprachsteuerung, die übrigens einen eigenen Namen hat, die werde ich vielleicht mal, wenn die Möglichkeit sich ergibt, mal näher drauf eingehen. Oh, Claire, wer und was Claire ist, das erfährt er noch früh genug. Oh, ganz wichtig, Helm auf. Arbeitssicherheit ist wichtig, hat eine Maske, man weiß nie, it's dead, da muss ich wahrscheinlich durch, Munition haben wir auch nicht mehr so viel, kann ich da, nein, kann ich da, kacke, Zeig mir dein Gesicht, wie immer nach wie vor, bam. Kacke, zur Zeit trete ich immer auf die drauf, ja, kein Wunder, dass sie sauer sind auf mich. Nein, hab ich ihn, nein, jetzt hab ich, oh man, ein ganzes Magazin. Ja, das nehm ich, also nein, das seh ich jetzt nicht ein, die jetzt da auf dem Boden zu lassen, weil ich so dumm bin, nachzuladen. Die nehm mal mit. Sagt ja da was drunter. Die verballer ich eh wieder schnell und dann setz ich die ein. Das ist der Plan. Naja, immer schön mit. Das ist die richtige Arbeit hier. Okay. Nein, 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 diesmal trete ich nicht auf dich. Öfter mit Kartons, ich glaube es hackt. Haha. Komm, komm, put, 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 put. Hm. Geduld muss man haben. Hm. Ganzer Dank ist es nicht mehr Zeit. Gut, die einzige Zeit, die ich habe, ist die Aufnahme. Ich habe schon aus Panik meine Augen geschlossen. So intense ist es. Ich bin so heiß ist es wieder hier. Die drei sind noch left. Die erste. Die erste. Berichte bloß nicht wieder was, Alex. Ich sage das. Nicht so ein letztes Mal. Das machen wir gleich. Steht da irgendwas? Ich dachte durch die Reflektion sieht man nichts. Aber da ist wirklich nichts. Aber hier ist scheinbar wirklich nichts. War klar. War sowas von klar. Glas klar. Okay. Oh, der ist tot. Oh. Kann man das irgendwie umswitchen? Ha. Shading-Kabels folgen. Wahrscheinlich. Ah, okay. Ja, ja, ja. Ich weiß wie. Okay. Dann machen wir das nach oben. So. Jetzt das. Okay. Gut, gut, gut. Das hat ja ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Das ist dead. Ja. It's dead. Oh. Oh. Wenn das auf den Kopf fällt. Oh Gott. Was? Wo? Oh nein. Bitte nicht. Kacke. Na, 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 na. Batman. Bam, 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 bam. Oh. Come on. Es geht's doch nicht. Alex, warum bist du so schlecht, hm? Kannst du mir das mal verraten? Das geht's doch nicht. Ah. Müssen wir's konventionell machen? Konventionell. Konventionell ist immer gut. Wo muss ich jetzt lang? Muss ich jetzt da lang? Ich glaube, rübersprungen kann ich da jetzt nicht. Ich kann das nicht mal. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ich muss nicht bauen. Nee, bauen macht auch keinen Sinn. Aber ich, äh, ich muss die Dinger. Was? Ja, ja, ich... Mensch, Valve, ich weiß, wie das Spiel funktioniert. Musst du mir nicht zeigen. Entschuldigen Sie mal, ich muss durch. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Was uns wohl da noch erwartet. Ich glaube, das sehen wir beim nächsten Mal. Oh Mann, oh Mann, oh boy, oh boy, oh boy. Wo bin ich nur hier gelandet? In diesem Sinne... Bis zum nächsten Mal. Wie immer, falls euch das gefällt, was ich hier mache. Schenkt mir ein Abo. Kommentiert den Kack. Und dann sehen wir uns wieder. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.